Was geht ab Leute, Zane ist wieder da, heute wieder mal mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 949, der Titel lautet Zombie. Um Ruffy und die anderen aufzuhalten, schießen die Wächter die Pestkugeln, welche ein Virus beinhalten. Sie zielen aber nicht auf Ruffy, nein, sondern auf die anderen Gefangenen, denn wenn man von diesen Kugeln getroffen wird, bekommt man eine infektiöse Krankheit und man spürt einen brennenden Schmerz, bis man stirbt. Diese Waffe hat Queen erfunden und ihr Name ist Zombie. Die Wächter befehlen den infizierten Gefangenen nahe an Ruffys Gruppe zu gehen, sie benutzen die Gefangenen also sozusagen als eine Art Biowaffe. Die Gefangenen protestieren unter Schmerzen. Das alles wäre nicht passiert, wenn ihr Außenseiter nicht gekommen werdet. Es ist unmöglich für euch Kaido zu besiegen, verschwindet. Als er das hörte, berührt Ruffy die Gefangenen und schreit, das hat absolut keinen Effekt. Er erinnert fast an so eine Jesus Szene. Er macht weiter. Ich habe Otama versprochen, dieses Land zu retten, so dass jeder genug zu essen hat. Wir sind hier, um Kaido zu besiegen. Es gibt keinen Grund für unsere Kameraden uns zu stoppen. Ihr müsst jetzt entscheiden. Die Gefangenen sind alle berührt von Ruffys Rede. Baba Nuki sieht das Ganze und beschließt das Ganze zu seinem Vorteil zu nutzen und schießt eine ganze Ladung Pestkugeln auf sie alle. Doch Ruffy stoppte das Ganze, indem er Baba Nukis Rüssel packte, in dem die Kugeln geschossen werden sollten. Dann dreht er sich zu den Gefangenen und sagt, jetzt kommt es auf euch an. Acht Tage vor dem finalen Kampf haben sie Udon eingenommen, ohne dass sie großen Gegner wie Kaido es bemerkt haben. Kid und Killer haben derweil das Ganze beobachtet. Ruffy wurde bei dem Ganzen auch infiziert, ist jetzt die Frage ob es ihm viel ausmacht oder ob er durch Magellan starke Resistenzen gegen Waffen solcher Art bekommen hat. Und das wars auch schon mit den kurzen, schnellen Spoilern dieser Woche, freuen wir uns auf morgen bzw. heute jetzt wo ich das aufnehme, wenn das Kapitel rauskommt und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja wie immer einen Like und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein, ciao.